Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Wahrscheinlich hier in dem Kanal. Äh... Heute versuchen wir einfach hier diese Nach-Juner-Lobby noch zu gewinnen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich merke, es muss eine Nach-Juner-Lobby. Sind doch total die schlechten Gegner. Nice. Okay. Ja, wahrscheinlich schluck der Zeiger erst, wahrscheinlich. Da hat er wieder nur einen. Was heißt er? Er fängt an einem Couch, hab ich gesehen. Wir sind noch mal gekriegt. Was ist los? Tag der Stacheln oder was? Auf geht's los! Tja! Er fickt uns schon wieder und schluckt 2 Yilmars... Alter! Was hast du für eine DDR-Leitung? Das wird doch nicht so leicht wie ich am Anfang dachte Und wir gehen immer noch kurz Der helft denen Äh Auch schneller Der läuft doch nicht so lang gut dachte Oh die Vorräte haben wir auch Nein Ja er hat eine Trelle In der TNT-Kid-Kanon Egal wie gehen wir in die Runde trafen Sollen wir hier jedesmal so fern wie Schleck geholt werden Ja jemals, der fackt doch übelst ab Egal wir sind nur noch für zwei Kills hin Ja Oh jetzt hast du einen schönen Headshot erst hier Da muss der eigentlich Jawohl Hab ich gehört Guck immer durch, da oben durch wo Was war das für ein Gunfight alter So, konnte er ohne? Ja Fick mich obwohl ich weiß dass er hochkommt Ja den haben wir auch Ja auf jeden Fall Vielleicht gefällt euch immer so unsere zwei für alle Und Ja lasst ein Like da Abonniert den Kanal Und ich hab jetzt vor Montags die Scum Challenge hochplan Montags weil ich da Am meisten Zeit hab zum zocken Also nicht weil es Montag ist sondern Weil ich am Wochenende zocken kann und das dann für Montag erspielen kann alles Und mittwochs Werde ich noch so zufällig vielleicht mal äh Infinite Warfare, Modern Warfare mal sehen Und freitags werde ich dann wahrscheinlich Gameplays mit äh nem Gasthochladen Zum Beispiel Tim oder Jemand anderes Werde ich mal noch sehen Äh wo bin ich kein Gegner mehr? Das sind auf jeden Fall so die Pläne Die ich habe so Ich habe jetzt nicht hoch Ich hoffe ich habe das Land geplänt Also auf jeden Fall Samstag, äh Freitag kann ja auch leider kein Video Habe ich es leider nicht geschafft eins hochzuladen Komm her Ähm ja Tut mir auf jeden Fall leid dafür Soll aber eigentlich immer dreimal die Woche ein Video kommen Und danke für 58 Abonnenten habe ich jetzt Ja Freut mich auf jeden Fall auch Bis zum letzten Mal Und wie gesagt Bewertet das Video Habt euch gleich da Abonnenten Kanal und noch nen Headshot gemacht Ich hoffe es gefällt euch Bis zum nächsten Mal Tschüss Achja und guckt beim Tim vorbei Nicht vergessen Ich hoffe es jetzt Ich hoffe es geht Ich hoffe es geht